So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir reden wieder über den Krieg in der Ukraine und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Marie-Luise. Marie-Luise Beck. Was machst du, Marie-Luise? Ich arbeite inzwischen in einer Denkwerkstatt, wo man nachdenkt. Das hatten wir jedenfalls vor und jetzt denken wir weniger nach, sondern sind eher aktiv, weil wir viel mit der Ukraine und mit Russland zu tun haben. Es gab da nichts zu sich an. Der serbische Nationalismus war sein Eigenständiger und das Verbrechen der serbischen Armee war ihr Eigenständiges. Ich weiß noch gar nicht, wie wir jetzt auf... Ja, wir kommen glaube ich drauf, weil die Amerikaner, ich habe doch, ich habe den Faden. Das sind gleiche Maßstäbe für alle. Genau, nee, nee, nee. Ich habe eben was gesagt von den Amerikanern, die haben die Arschkarte. Gegenüber uns. Sie haben die Arschkarte. Wir schicken... Sie haben die Arschkarte. Sie haben die Arschkarte. Genau. Die sind der Chef der NATO. Warum haben Sie die Arschkarte? Wie bitte? Die Amis sind doch der Chef der NATO. Der Chef. Ja. Super. Nenne ich? Nee, die amerikanische Bevölkerung ist das größte Volk innerhalb der NATO. Und amerikanische Politiker müssen oder ihrer Bevölkerung seit vielen Jahren abverlangen, einen sehr viel höheren Anteil des Budgets, wo wir ein besseres Gesundheitswesen bezahlen aus unserer Staatskasse, weil wir nur 1,4 Prozent oder so unseres Budgets ins Militär stecken, müssen die amerikanische Bevölkerung sehr viel mehr reinstecken. Ja, aber das ist doch ein Interessen aus... Weil die das Interesse haben, uns hier in Europa zu beschützen? Schustekuchen. Es kann denen doch scheißegal sein, was aus uns in Europa hier wird. Wenn Sie den Klienten schon fragen, was ist ein Problem, kann der Klienten schon beleidigt sein an der Stelle. Weil er dann denkt, oh, der Therapeut will, dass ich Probleme äußere. Der Therapeut hält mich für defizitär. Und dann ist der Klienten sauer auf sie. Und das ist im Grunde, ich sage immer, das ist wie ein Gang durch ein Mienenfeld. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob es jetzt wirklich noch Sinn macht, mit Ihnen hier weiterzusprechen. Da habe ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Die Provokation ist gewollt. Der Klient will so herausfinden, ob die Therapeutin ihm gewachsen ist. Warum ist das ein amerikanisches Bündnis, weil der Oberbefehlshaber immer der US-Präsident ist? Ja, aber mein Lieber, darauf sich zu verlassen, dass die Amerikaner auf nichts mehr heiß sind, als dieses blöde, komplizierte Europa immer wieder zur Vernunft zu bringen, und das ist vorsichtig ausgedrückt, einzugreifen, weil die nichts Besseres zu tun haben, als sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen. Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Es ist ein irrer Blick, ein irrer Blick auf die Vereinigten Staaten. Nämlich, sozusagen, die haben nichts Besseres im Kopf gehabt, als ständig hier in Europa einzugreifen, weil sie so gerne Chef der Welt sind. Und ich versuche, hier mal eine Perspektive aufzumachen, die eine ganz andere ist und die ist verdammt unbekannt in Deutschland und scheinbar auch dir. Narzissten haben so eine Vorstellung, I'm a very important person. Ich kann alles, ich bin der Tollste, ich bin der Größte. 80 Stunden die Woche arbeiten, nebenher noch ein Verein leiten und, und, und. Die machen eine Menge. Und zu den negativen Merkmalen gehören dann sowas wie abwertendes Verhalten, starker Ärger oder Aggression. Die haben einen Sender, aber keinen Empfänger. Die merken gar nicht, wie es den anderen geht. Der kann mit Kritik nicht gut umgehen, weil Kritik nicht einfach nur ein Feedback ist, eine Rückmeldung ist, sondern er das eigentlich als persönliche Abwertung empfindet. Aber du erkennst an, dass der militärische Oberbefehlshaber der NATO immer ein Amerikaner ist. Der Supreme Allied Commander ist immer ein Amerikaner und immer dem US-Präsident unterstellt. Was sagt das aus? Darum ist die NATO von der USA geführt und nicht von Deutschland. Schon mal gehört, dass alle Entscheidungen innerhalb der NATO im Konsens getroffen werden? Die politischen Entscheidungen, nicht die militärischen. Die entscheidet der Oberbefehlshaber. Nein, 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 nein. Das ist ein Militärbündnis, Marie-Louise. Ja, aber wofür denn? Abwehr. Von wem? Das ist ein Abwehrbündnis, oder? Ein Defensivbündnis. Und wofür? Also wofür wehrt man ab? Was wehrt man denn ab? Ja, wenn es russische Feinde gibt für jetzt. Aha, weil es Feinde gibt, weil es an unsere Freiheit gehen würde. Also weil es um Politik geht. Klar. Aber es ist ein Militärbündnis. Ich weiß jetzt nicht, was so kontrovers ist. Was kontrovers ist, dass die Amis das führen, das wissen wir nicht. Nein, nein, nein. Augenblick, mein Lieber. Kontrovers ist, dass ich inzwischen den Verdacht nicht mehr loswerde, dass der tiefgehende Anti-Amerikanismus, den wir in unserer Gesellschaft haben, und zwar sowohl von links als auch von rechts. Und ich komme aus einer Partei, die, als wir sie aufgebaut haben, raus aus der NATO gefordert hat. Aber was hat er denn jetzt gesagt? Hörst du mir bitte mal zu? Also da muss sie jetzt schon mir zuhören. Das zentrale Element beim Narzissmus ist Anerkennung. Narzissten brauchen Anerkennung wie andere Menschen, die Luft zum Atmen. Und sobald sie den Eindruck haben, dass sie diese Anerkennung nicht bekommen oder im Gegenteil sogar kritisiert oder abgewertet werden, kann das ganz schnell zu einem großen emotionalen Ausbruch führen. So, weil wir so geprägt sind davon, dass die Amerikaner nicht uns die Freiheit gebracht haben und dafür wahnsinnig viel geopfert haben, das war 1945, plus hinterher sogar unsere Freiheit bewahrt haben. Und ich sage nur mal West-Berlin, die Luftbrücke, West-Berlin, warum sollten eigentlich die Amerikaner die Kartoffeln ewig lang nach West-Berlin fliegen? Alles ihr Egoismus und der Egoismus von Clinton, dass er dann letztlich nachher in Bosnien diesem Völkermord ein Ende gesetzt hat, dem wir Europäer nicht bereit und nicht in der Lage waren, ein Ende zu setzen? Das ist das, was ich mit der Arschkarte meine. Ich meine, wir sind nicht willig und nicht bereit, die Verantwortung für unsere eigene Freiheit zu übernehmen, sondern wir verlassen uns und haben das lange gemacht auf die Amerikaner. Auf ihre Ressourcen, die sie dafür ihrer Bevölkerung abknöpfen müssen, weil Militär kostet Geld, darauf, dass sie ihrer Bevölkerung verklickern müssen, dafür schicken wir eure Söhne irgendwo hin und dabei machen die Amerikaner Entscheidungen, die falsch sind. So, Irakkrieg, Joschka Fischer, I'm not convinced. Kannst du das Mikro sprechen? Ich kann das Mikro sprechen. I'm not convinced. Ich sage hier nicht, dass die Amerikaner alles richtig machen. Aber ich finde, es ist an der Zeit, hier in diesem verdammten Europa und vor allen Dingen in Deutschland, klar zu machen, dass wir Sicherheitstrittbrettfahrer sind innerhalb der NATO. Wir waren uns da vorhin einig, gleiche Maßstäbe für alle. Und Imperialismus von niemandem wird toleriert. Die NATO ist kein imperialistisches Bündnis. Und weißt du was? Das habe ich doch gar nicht gesagt. Gibt es amerikanischen Imperialismus, Marie-Luise? Nicht mit der NATO. Gibt es amerikanischen Imperialismus? Muss ich jetzt mal überlegen, wo gibt es den jetzt gerade? Wo gibt es gerade amerikanischen Imperialismus? Muss ich mal zurückfragen. Ich frage dich ja. Nee, 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 Augenblick mal, mein Lieber. Wenn du so eine Frage stellst und so wie wir gerade diskutieren, hast du was im Kopf. Jetzt leg mal die Karten auf den Tisch. Wo ist jetzt, wo machst du jetzt den amerikanischen Imperialismus fest? Ist es in deiner Beziehung auch so, dass am Ende eines Streits immer du schuld bist? Stehen in deinen Partnerschaften die Bedürfnisse deiner PartnerInnen auch deutlich im Vordergrund? Und du hast das Gefühl, deine Aufgabe ist es vor allen Dingen, diese Bedürfnisse zu befriedigen? Im Streit werden all deine Argumente immer ins Gegenteil umgekehrt? Können wir jetzt im 25. Jahrhundert bleiben? Äh, 21. Jahrhundert. Jahrhundert, Irak, Afghanistan. Afghanistan ist, Augenblick mal, Afghanistan ist amerikanischer Imperialismus? Also die Attentäter von 9-11 waren Saudis. Lateinamerika, Monroe-Doktrin, wir waren bei den Einflusssphären. Augenblick mal. Zurückliegen, ich habe... Wollen wir über chinesischen Imperialismus noch reden? Wir waren es ja von allen... Sind alle gleich. Also, verstehst du, das geht überhaupt nicht. Du kannst nicht einen großen Topf nehmen, wie einen Hexenkessel und alles reinschmeißen und einmal umrühren. Ich habe nicht gesagt, dass alles gleich ist. Du hast mir aber vorhin zugestimmt, dass gegen jeden Imperialismus gekämpft werden muss. Gegen jede Kriegsverbrechen. Ja, aber ich habe die Trennschärfe gemacht und hier geht vieles durcheinander. Trotzdem, Narzissten kommen in die Therapie, weil sie einen Leidensdruck spüren. Gesundheitliche Probleme, Konflikte mit dem Partner oder ein inneres Leeregefühl. Auch wenn Narzissten im Alltag dominant, arrogant und selbstherrlich wirken, hinter ihrem Verhalten steckt oft ein Gefühl der Minderwertigkeit. Sie haben zum Beispiel aus ihrer Biografie so eine Annahme, ich bin Versager, ich kann nichts. Und die Annahme motiviert sie eigentlich dazu, zu zeigen, das stimmt nicht. Und damit sind sie eigentlich, wenn sie erfolgreich narzisstisch sind, sind sie sehr leistungsbereit. Und viel leistungsbereiter, als wenn sie nur leistungsmotiviert wären. Verstehst du, lass uns jetzt nicht über die Aushebelung von internationalem Recht sprechen, da bin ich bei dir. Aber ein gewisses, aus dieser Selbstgerechtigkeit raus, die wir haben. Und die Selbstgerechtigkeit, die wir in Deutschland haben, indem wir sagen, nie wieder Krieg und wir liefern keine Waffen in Krisengebiete. Und wenn es dann ganz dicke kommt und es kommt ein Völkermord, dann sollen bitte die Amerikaner. Gegen diese Selbstgerechtigkeit habe ich ein Mordsroch aus inzwischen. Darüber wollte ich ja gar nicht reden. Aber du stehst ja für das Zentrum, liberale, moderne. Genau. Liberal heißt, gleiche Maßstäbe für alle. Ich wollte einfach nur wissen, egal wer Kriegsverbrechen begeht. Ja, mein Lieber, aber dagegen habe ich nichts gesagt. Und trotzdem muss man sich, nee, 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 wir sind, ja, wir kommen aber an einen Punkt, wir sind an einen Punkt gekommen, der total spannend ist, weil der bei uns in Deutschland sehr tief geht. Ich glaube inzwischen nicht, dass die großartige Weizsäcker-Rede vom 8. Mai, wo er von der Befreiung gesprochen hat, zum ersten Mal übrigens, kannst du mal ausrechnen, wie viele Jahre das war, nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Die deutsche Selbstgerechtigkeit mit unserem Friedenswillen gegenüber diesen imperialistischen USA, die kommt aus unendlich vielen Knopflöchern. Und zwar insbesondere Rechten und Linken. Und aus der, ja, natürlich Rechten und Linken, die sind lieber bei Russland als bei den USA. Ah, über den will ich doch gar nicht reden. Aber ich will darüber reden. Aber mir fällt da gerade ein, auch Regierungspolitik, ich meine, ich bin ja seit fast zehn Jahren hier, Bundespresskonferenz und so weiter, da fällt halt auch immer auf, wenn offensichtliche, mutmaßliche Kriegsverbrechen unserer Nicht-Freunde passieren, dann ist die Bundesregierung immer sehr schnell dabei und zeigt mit dem Finger und weiß ganz genau, was man tun muss, was das Richtige ist zu sagen. Aber wenn unsere Alliierten, ob nun die Armees, ob das die Türken sind, ob das andere sind, die Krieg führen, dann wird immer erst mal gesagt, wir wissen nicht, da wird abgewiegelt, da wird ein Kopf in den Sand gesteckt. Und das kommt, ich meine, wir veröffentlichen... Also, das ist viel zu generell und da würde ich dann gerne einzeln durchgehen. Können wir gerne machen, aber ich schildere jetzt meinen Eindruck und der Eindruck, den ich dann dadurch habe, was die Bevölkerung, was unsere Zuschauer sehen, ist, dass dieser Doppelstandard, Also, dieser Doppelstandard, wenn es unsere Feinde sind, dann wissen wir ganz genau, was man richtigerweise sagt. Aber wenn es bei unseren Freunden ist, dann gucken wir weg. Mein Lieber, ich kann nur sagen... Müssen wir diesen Doppelstandard nicht überwinden. Ich kann nur sagen, ich war ja lange Jahre in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats und da war ja Russland auch Mitglied. Sie würden dir die Füße küssen, für den Begriff Doppelstandard, die Füße küssen. Ob erfolgreicher oder erfolgloser Narzist, beide Typen sind immer auf sich selbst fokussiert. Die anderen spielen nur eine untergeordnete Rolle. So ist es nicht verwunderlich, dass sie mit anderen Menschen oftmals in Konflikt geraten. Die Störung zeigt sich ja im Kern in der Beziehungsgestaltung zu anderen Menschen und die ist häufig sehr schwierig. Die Menschen, die narzisstischen Menschen zeichnen sich dadurch aus, dass sie immer so ein Gefühl von Überlegenheit haben müssen. Narzissten sind manipulativ. Sie spannen andere gern für ihre Ziele ein. Im Berufsleben mag das funktionieren. Man sagt dann, er kann gut delegieren. Doch im Privatleben sieht es anders aus. Echte Freunde zu finden, fällt Narzissten schwer. War nicht vorgesehen für heute, aber okay. War nicht vorgesehen. Kleiner Exkurs. Vielleicht beenden wir das damit. Fordert ihr dann die Freilassung von Julian Assange, der Kriegsverbrechen offengelegt hat? Ich bin nicht in der Lage, mich da wirklich detailliert dazu zu äußern. Wir haben uns nie verhalten zu Assange. Wieso? Weil wir uns nicht zu allem verhalten, was auf dieser Welt passiert. Aber das ist doch der Einzige, der wegen der Aufklärung von westlichen Kriegsverbrechen im Knast sitzt. Und dem jetzt vielleicht die Überstellung in Amerika droht und da die Todesstrafen. Im Knast sitzt er bisher wegen eines Verfahrens in Schweden? Nein, das ist schon fallen gelassen. Okay, gut. Also wie gesagt, ich bin im Fall Assange nicht sattelfest. Ich bin weder im Fall Snowden noch im Fall Assange sattelfest. Solange sein Leben funktioniert und alle mitspielen, kommt der Narzisst gut zurecht. Es sind meist Ereignisse wie Arbeitsplatzverlust, Krankheit oder Trennung, die ihn in eine Krise stürzen. Bei schweren narzisstischen Krisen bricht im Grunde genommen all das zusammen, was die ganzen Jahre über das Selbstgefühl aufrechterhalten hat. Das heißt, das Selbstgefühl ist durch äußere Dinge aufrechterhalten worden, durch den Erfolg, durch die Macht, durch das ständige Aufsteigen, durch die Bewunderung, die von anderen erfahren worden ist. Die Krise erlebt der Narzisst als große Kränkung. Alles bezieht er nur auf sich. Selbst wenn seine Entlassung möglicherweise gar nichts mit ihm als Person zu tun hat, er begreift sie als persönliche Niederlage. Und mit dem Job hat er auch meist das Mittel zur Kompensation verloren. Ich bleibe locker, ich bin total ein Ding. Ich habe keinen Bock auf, dass Stress geht, weil ich bin Love-Botschafter. Deswegen macht es überhaupt nichts, was er sagt.